hallo heute möchte ich euch die kleine paulina vorstellen sie ist eine von vier welten von unserer luna und luna lebt seit etwa zwei jahren sehr belebten strand von neapermos in nordgriechenland und hat die vier auch dort vor etwa zwei monaten zur welt gebracht paulina ist jetzt seit etwa zwei wochen hier in der hundepension mit ihren drei geschwisterchen und sie wird in zwei monaten fertig sein für die ausreise eine impfung hat sie schon und sie ist eine wunderschöne hündin deren endgewicht aber sicherlich so um die 25 kilo liegen durfte ihre mutter schlägt mit gut 20 kilo zu buche vater ist unbekannt ja wenn ihr euch für die kleine zuckersüße maus interessiert meldet euch bei tierfreunde griechenland dann könnte sie schon bald in euren garten schnuffeln also viele liebe grüße von der paulina nach deutschland paulina